Hallo zusammen. Ich, der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador. Die USA sollten anfangen, die Länder Lateinamerikas und der Karibik respektvoll zu behandeln. Dies habe ich am Montag, dem 9. Januar, bei Gesprächen mit meinem amerikanischen Kollegen Joe Biden im Nationalpalast in Mexiko-Stadt erklärt. Ich glaube, es ist an der Zeit, dieses Vergessen, diese Vernachlässigung, in Bezug auf Lateinamerika und die Karibik zu beenden. Die Übertragung meiner Rede wurde auf meiner Twitter-Seite durchgeführt. Meiner Meinung nach ist es notwendig, eine neue Phase der Beziehungen zwischen den amerikanischen Ländern auf der Grundlage von Respekt und gegenseitiger Hilfe zu beginnen. Präsident Biden, in ihren Händen liegt der Schlüssel, um die Beziehungen zwischen allen Ländern des amerikanischen Kontinents zu öffnen und erheblich zu verbessern. Bei den Verhandlungen zwischen den USA und Mexiko diskutierten wir über wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit, Drogenbekämpfung und die Bekämpfung der illegalen Migration. Am Dienstag findet in Mexiko statt ein Gipfel der nordamerikanischen Länder statt, an dem auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau teilnimmt. Im Mittelpunkt des Forums stehen Wettbewerbsfähigkeit, regionale Integration, Gesundheit, Sicherheit, Migration und Klimawandel. Mexiko gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der USA. Im Jahr 2021 erreichte das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ein Rekordhoch und übertraf Dollar 661 Milliarden. Freunde, der Kanal braucht Ihre Aufmerksamkeit, die finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leaks und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.